Das IQ Care Bettfluchtsensorsystem Funkempfänger und Sensoren einfach erklärt Für die Inbetriebnahme Ihres Bettfluchtsystems prüfen Sie zunächst die Funktionsweise Ihrer Rufanlage auf Arbeits- oder Ruhestrom. Im Regelfall wurde diese Information von unserem Team bereits vorab geklärt und die Funktionsweise ist anhand der Markierung am mitgelieferten Verbindungskabel zu erkennen. Hierbei steht eine grüne Markierung für Arbeitsstrom, eine rote Markierung für Ruhestrom. Im ersten Arbeitsschritt stecken Sie das mitgelieferte Kabel an den Empfänger. Als Unterstützung hierbei dienen die weißen Markierungen am Funkempfänger und am Kabel. Bitte achten Sie darauf, das Kabel lediglich zu stecken und nicht zu drehen. Das Drehen des Kabels führt zu Beschädigung der innenliegenden Kontakte. Um das System nun anzulernen, also um die Sensoren mit dem Funkempfänger zu verbinden, gibt es zwei Methoden. Im ersten Schritt stecken Sie den Funkempfänger in eine stromführende Steckdose. Ausgeliefert wird der Funkempfänger standardmäßig im Arbeitsstrommodus. Dies ist an der grün blinkenden CLR-Taste zu erkennen, sobald der Funkempfänger mit Strom versorgt wird. Basiert Ihr Rufsystem auf Arbeitsstrom, so ist keine Veränderung notwendig. Um den Funkempfänger in den Ruhestrommodus zu wechseln, müssen Sie lediglich einmal den LRN-Knopf drücken. Nun wird der Funkempfänger in den Ruhestrommodus wechseln. Der Wechsel in den Ruhestrommodus wird durch die rot blinkende CLR-Taste bestätigt. Nun können Sie die Funksensoren anlernen. Hierzu muss lediglich ein Sensor aus der kompletten Einheit angelernt werden. Die Sensoren bilden eine Gruppe und sind somit alle nach dem Anlernvorgang eines einzelnen Sensors angelernt. Um die Sensoreinheit anzulernen, drücken Sie nun einen der Sensoren von den beiden Einschüben schnell dreimal hintereinander. Der Funkempfänger bestätigt das Anlernen mit zwei Pieptönen und durch das Umschalten von der blinkenden CLR-Taste auf die dauerrote LRN-Taste. Dieser Vorgang ist in beiden Varianten Arbeits- sowie Ruhestrom identisch und das System ist nach dem Vorgang automatisch gesichert. Bitte überprüfen Sie jetzt wie folgt die Funktionalität des Systems. Bei Betätigung eines Sensors schaltet die CLR-Taste ein, bei Ruhestrom rot, bei Arbeitsstrom grün. Nun können Sie sicher überprüfen, ob Sie die Sensoreinheiten im richtigen Modus angelernt haben. Das Bettfluchtsystem benötigt für seine Funktionsweise die patentierte DECO3-Matratze. Diese wird direkt mit einem wasserdichten und atmungsaktiven Bezug ausgeliefert. Es ist wichtig, die Matratze richtig herum im Bett zu platzieren. Dafür ist gut lesbar, am Kopfende ein Aufnäher mit der Aufschrift Oberseite-Kopfseite zu sehen. Somit können Sie jederzeit die richtige Verwendung der Matratze überprüfen. Um nun die Sensoreinheiten in der Matratze platzieren zu können, ziehen Sie den am Fußende verbauten Reißverschluss einmal bis ca. zum gegenüberliegenden Kopfende auf. Gleiches wiederholen Sie mit dem darunterliegenden Gleitbezug. Nun finden Sie die beiden Einschubkanäle, die im Auslieferungszustand mit zwei Schaumstoffeinheiten gefüllt sind. Diese können Sie einfach aus der Matratze herausziehen. Vor dem Einschub der Sensoreinheiten in die Matratze ist es wichtig, darauf zu achten, die Sensoreinheiten richtig herum in die Matratze einzubauen. Dazu sind die Einheiten auf der Oberseite beschriftet. Zudem ist die Anzahl der Sensoren pro Einheit angegeben. Bei der 3er SESI-Einheit wird die Einheit mit zwei Sensoren im Hüftbereich und die Einheit mit einem Sensor im Schulterbereich eingesetzt. Bei dem System mit fünf Sensoren für eine größere Gewichtstoleranz wird die Einheit mit drei Sensoren im Hüftbereich und die Einheit mit zwei Sensoren im Schulterbereich eingesetzt. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da eine andere Verwendung als die hier beschriebene zu Fehlfunktionen führen kann. Als Praxistipp empfiehlt sich nun alle Komponenten, sowohl den Funkempfänger als auch die Sensoreinheiten, mit den mitgelieferten Aufklebern durchzunummerieren und diese als geschlossene Einheit zusammenzuhalten. Dies vereinfacht im Nachgang die Prozesse, wenn mehrere Systeme im Einsatz sind und verhindert das Vertauschen der Komponenten untereinander. Nutzen Sie nun die mitgelieferten Einschubhilfen, um die Sensoren in der richtigen Reihenfolge und unter Beachtung der Ober- und Unterseite in die Matratze einzuschieben. Drücken Sie dazu die Einschubhilfen im vorderen Bereich etwas zusammen, um den Einschub in die Kanäle zu erleichtern. Ist eine Sensoreinheit bis zum Anschlag eingeschoben, ziehen Sie die Einschubhilfen nacheinander heraus und wiederholen den Prozess bei der zweiten Sensoreinheit. Sind die Sensoreinheiten verbaut, können Sie nun den Fließbezug und anschließend den Oberbezug der Matratze wieder schließen. Das SESI-System ist nun in der Matratze verbaut und einsatzbereit. Verbinden Sie jetzt das Kabel vom Funkempfänger mit Ihrer Rufanlage. Damit ist das System jetzt einsatzbereit. Als Praxistipp empfiehlt sich hier die mitgelieferten Aufkleber zur besseren Erkennung des sich im Zimmer befindenden IQ Care Bettfluchtsystems an der Eingangstüre oder am Bett anzubringen. Diese können Sie ganz einfach mit einem Permanentmarker, passend zum Zimmer beschriften und bei Bedarf auch wieder rückstandslos von glatten Oberflächen entfernen. Der Funkempfänger ist im Auslieferungszustand auf einen sofortigen Alarm, ca. 3 Sekunden nach Entlastung des letzten Sensors eingestellt. Dieses ist durch ein dauerrotes Leuchten der LRN-Taste zu sehen. Die Alarmierungszeit können Sie bei Bedarf auf 15 Minuten erhöhen. Hierzu ziehen Sie den Funkempfänger aus der Steckdose und warten, bis alle Kontrollleuchten erloschen sind. Danach stecken Sie ihn wieder in die Steckdose und drücken einmal auf die untere CLR-Taste. Die obere LRN leuchtet nun dauergrün. Nun haben Sie die Alarmierungszeit auf 15 Minuten umgestellt und der Funkempfänger wechselt nach ca. 15 Sekunden automatisch in den Schutzmodus, sodass eine ungewollte Änderung der Alarmierungszeit durch BewohnerInnen ausgeschlossen wird. Um die Zeit wieder auf die sofortige Alarmierung zurückzusetzen, wiederholen Sie diesen Schritt. Demnach wechselt nun die Farbe der LRN-Taste von grün, 15 Minuten Verzögerung, auf rot. Sofort Alarmierung. Falls es zu Fehlfunktionen kommen sollte, können Sie das System ganz einfach und jederzeit wieder auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dazu ziehen Sie den Funkempfänger aus der Steckdose und warten, bis alle Kontrollleuchten erloschen sind. Danach stecken Sie ihn wieder in die Steckdose und drücken für 10 Sekunden die obere LRN-Taste des Funkempfängers. Hiernach betätigen Sie ca. 4 Sekunden die CLR-Taste. Der Funkempfänger blinkt wieder grün auf der CLR-Taste und befindet sich nun wieder im Auslieferungszustand. Dieser Reset-Prozess kann zu jeder Zeit, auch in der Anlernphase, durchgeführt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017